Willkommen zu einer neuen Episode in den Grundlagen der Informatik. In dieser Episode wird es gehen um das Rechnen mit Binärzahlen, also mit den Zahlen, die aus Einsen und Nullen zusammengesetzt sind. Und diese Folge hat so einiges an Stoff zu bieten. Im Kern wird es aber darum gehen, das Rechnen im sogenannten Zweierkomplement zu verstehen. Das ist eine Kodierung von Binärzahlen, die darauf abzielt, dass Sie auch negative wie positive Zahlen kodieren können, und zwar Ganzzahlen. Aber hören wir mal rein, wie das Ganze vonstatten geht.